Ramme jetzt die Pipeline mit deinem Fahrzeug. Das wird dich schon nicht umbringen. Hoffentlich. Den Wumms hab ich bis nach Sanctuary gehört. Du gelangst jetzt durch die Pipeline in die Stockade. Geh rein und finde raus, wo der Krieger begraben ist. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Das sind die Schmerzen, die ich verletzt habe. Oh! 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 Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020